Was ist mit Corona? Ja, siehst du doch an! Ja, grünen Sie! Wir sind, also ich, bin von Freien zu studiert, wir sind aus Österreich und ja, da wir uns ja heute hier auf einer Japan-Vielenveranstaltung befinden, haben wir uns gedacht, den Leuten muss etwas Adäquates geboten werden. Ja, Japanisch sprechen wir alle nicht und so haben wir uns gedacht, der Schweizer Dialekt ist nahe genug dran. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden morgen, am Sonntag hier auf dieser Bühne ein One Piece Stück performen, recht frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Hey, was soll das heißen? Wir halten uns doch überhaupt nicht an die Vorlage. Ja, wie ich bereits gesagt habe, recht frei auf dem Märchen der Gebrüder Grimm. Ja, so ein Kinderkram. Wir wollen bald ungekultivierteres Publikum ansprechen. Unsere David-Undrauchte. Tragen, Emotionen, Spannung, Verrat, Intrig, Leidenschaft und Tanz. Ach, es wird ein Ballett. Ja. Warte, was? Nein, ganz bestimmt nicht. Doch. Aber, aber, meine Herren, wir müssen doch nicht streiten. Das macht ja auch vor dem Publikum keinen ganz besonders guten Eindruck. Na gut, wenn es sein muss. Ja. Also ihr könntet stattdessen vielleicht in kurzen Worten erklären, worum es dann morgen gehen wird. Es geht um Abenteuer. Ja, und? Es geht um Liebe. Zwischen Männern. Und Frauen. Und was für Transgender, Inder, Gender und Patientinnen. Ja, meine Wäden, du darfst auch mitmachen. Ja, genau so. So ähnlich oder gleich noch ganz anderes wird es dann morgen ablappen. Auf jeden Fall wäre es sehr schön, wenn wir dann morgen um 12 oder 30 vielleicht bei unserem Spektakel auch jemand in die Publikum retten. Also, hoffnungsvoll bis morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.